Versuch's doch, blöde Kuh, ähm, blöder Idiot, blöder Ochse. Sorry an die armen Kühe. So, den schießen wir wieder was höher. Okay, hoch, komm Mädel, komm spring, spring mein Mädel. So, was haben wir jetzt hier, hat die jetzt wenig, ähm, Energie, oder was? So, die Frage ist... Okay, der könnte da hoch, der Level 2, ja. Da kommt der, da kommt der vielleicht hier raus, das kann natürlich sein. Kombo. Nein. Nein, jetzt kommt der andere. Scheiße, Leute. Ach, super scheiße. Die Kacke ist über, haben wir die dann gezählt? Oder müssen wir jetzt hier wieder die ganze Temse rüber, Alter von Big Ben aus? Ah, nervig. Wäre jetzt scheiße, weil, naja, Mops man. Mopsen bobsen. Tja. Sieht jetzt irgendwie nicht so cool aus hier, ne. 100, 101 Meter. Egal. Ich glaub, ein bisschen was haben wir schon an Metern gemacht. Vielleicht noch, äh, äh, reflektierter an die Sache rangehen. Guck mal. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Das ist ja schon mal ganz cool. So, äh, das sind unsere. Das Problem ist, dass wir halt, ähm, drei, drei, drei. Widerstehen haben, ne. Vielleicht, haben wir überhaupt noch. Ah, jetzt hat die mich gesehen. Komm, dumm, dumm, dumm. Ich war gespannt, ob wir da jetzt hier aus dem Schlamassel wieder entkommen können. Na. Geil. So, ich glaub, wir sind hier schon, ähm. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ja, genau. Äh, das möglichst hoch an die Points hier. Ja, da oben ist ja cool. Den Chimney. Den, den schnappen wir uns jetzt mal. Ah, die hat ja zum Glück, hat die sich ja neue Handschuhe geholt. So, jetzt haben wir leider kein Wurfmesser mehr, ne. Die Frage ist, äh, wie wir das so mit Granaten hinkriegen würden. So, jetzt ist halt scheiße, ne. Okay, probier mal den. Okay, so, jetzt mal schnell rüber. Ich hoffe, das haben wir so geschafft jetzt, ne. Da hinten ist so ein Teil. Markieren. Ich weiß, dass du hier bist. Den haben wir. Okay. Okay. Ich weiß zwar nicht, was diese Glitch-Dinger sind, aber, ähm. Sammeln kann ja nicht schaden. So, jetzt passt mal auf da. Jetzt könnten wir. Gehen wir mal hier rüber. Oder? Gehen wir mal hier rüber? Nein, scheiße. Das Video. Gehen wir mal! In mein bisschen Muni gekriegt. So, die Frage ist. kommen wir da auch noch in leider kein wurfmesser und wir müssen mal irgendwie lernen wie wir an da sind sie ja hochklettern und dann mal weiter sehen und vor allem adlerauge ja den haben wir auf jeden Fall einen haben wir schon mal hinter uns mal gucken ich würde mal weiter aus der Zone klettern weil wir sind hier noch nicht außer außer Gefahr so sieht aber jetzt wieder gut für uns aus pass mal auf da ah ja so können wir da ein Fest machen ja das wäre natürlich cool aber an Mr. Disraeli gibt es nichts auszusetzen und so selbstbewusst wie er ist scheiße warum komme ich nicht rüber und erteilt ihr mal eine Lektion kommen die kommt die rüber und will mir eine Lektion erteilen oder wer oder was da kommt der wer kann mir sagen was passiert ist komm zurück wo ist sie denn jetzt nicht hin hab sie die liegen da noch ne ok haben wir sie ja die liegen da noch ok dann probieren wir das mal erstmal mit dem Plündern erstmal die Jungs als solche wir brauchen nämlich neue Messer und neue Rauchböhmchen ok Messer haben wir natürlich keins ok eine Pistole so und jetzt haben wir natürlich hier das Metall endlich na mach das Kist hier auf Farms so Metall 100 Jutti nächste Kiste so wo können wir denn mal andocken da plöps wenn wir hier noch inzwischen finden ach dann verschwindet das Seil ok aha gut hier haben wir ja auch noch hier haben wir ja noch einen haben wir hier oben noch welche ah ja so wenn wir jetzt noch LB haben so und weg sind wir wieder und dann gucken wir mal dass wir uns dann als nächstes diesen blöden dicken krallen na yes ich glaub ne wir haben sie hier noch leider in der Christ drin das sieht scheiße aus für uns na können wir hier irgendwie rüber ach wir haben es geschafft wunderbar so dann mal wieder zurück hier zur guten so und dann holen wir uns einfach mal den nächsten ne ähm nein bleib mal hier gut Feini den können wir sogar plündern wie Mörder Mörder Arschlik nix da Mörder Mörderer so wir müssen hier rein ne ok 100 haben wir bereits eingesackt ne das äh äh ist eine gute Sache so ähm pups wir sind mal hier richtig ah hier ähmchen noch ähm komm dann schießen wir mal uns hier rüber da scheiß timing jetzt gerade ne kann es mich mal hit and run hit and run ja holen wir da hoch oh da haben wir aber jetzt hier richtig ruzzle dazzle oh man ah ja komm komm Männlein alter das gibt's doch gar nicht ah er ist so gut wie tot hätte mich hier fast gekillt und die anderen kommen auch schon an nein ah Medizin benutzen ja zu spät scheiße die waren aber schnell auf dem Dach alter kacke jetzt ist die Frage haben sie mir mein mein Gold hier gezählt oder ähm habe ich jetzt wieder nüscht kacke voll spannend das Ding vor allem man nimmt sich immer so den Schleichmodus vor ja haben wir doch alter oh man das nervt jetzt gerade immerhin kriegen wir nicht immer alles Zeug abgenommen und so ne so Assassin's Creed Kappe über ja super wir haben hier wieder alles genau wie äh da wäre natürlich cool so okay die haben wir da drüben sind wir boah wir werden ja auch immer stiller und kleinlauter würde ich mal sagen so ne wir wollen ja hier das Käppi aufhalten so und da wollen wir auch runter oh Mädel komm runter da so Schleich Schleich so das ist jetzt halt die Frage wir könnten ja die müssen wir irgendwie so jetzt wo können wir hier die Seilrutsche befestigen wäre ja vielleicht schon mal nicht schlecht ja und schon ist sie weg ne